Willkommen zu einem neuen Video vom Holzhainwerker. Es geht ja hier nicht nur um Holz, sondern auch um Heimwerken. Und so will ich euch zeigen, wie ich eine Gartentreppe gemauert habe aus Granitsteinen für meine Terrasse, einfach damit man einen ordentlichen Abgang hat zum Rasen. Und hier könnt ihr sehen, wie ich das gemacht habe. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es nirgends so richtige, oder ich war zu blöd zum Suchen, dass es nirgends richtige Informationen gibt, wie man denn anfängt, wenn man so eine Treppe macht. Wie ist das Maß? Wie lang müssen die Stufen sein? Wie hoch müssen die Stufen sein? Wo muss ich anfangen, damit die Treppe dahin passt, wo sie hin soll? Wie breit sollte die Treppe sein? Das alles erfahrt ihr in meinem kurzen Video hier. Zuerst habe ich mir das Ganze in SketchUp aufgezeichnet und dabei beachtet, dass die Stufenhöhe zurück 18 cm sein soll. Die Trittlänge, die Länge der Stufe, also 27 cm. Kann man sich vorstellen, Schuhgrößen mal vergegenwärtigen. Das Ganze steht in irgendeiner deutschen Industrie noch. Dann habe ich begonnen, die Fundamente für die Treppe auszuschachten. Man benötigt ca. 80 cm Tiefe, um frostsichernd zu sein. Das habe ich nur an der Seite gemacht und vorn. Die Mitte habe ich eigentlich nur glatt gemacht, weil da ja später die Treppe drüber steht. Das habe ich dann aufgefüllt mit Schutt bzw. mit Kies, ordentlich verdichtet mit dem Stampfer. Besser wäre sicherlich ein Frosch gewesen. Das Ganze ins Wasser gebracht mit der Wasserwaage, so einigermaßen jedenfalls. Und eine Betonschicht gemacht, sodass ich da sauber drauf mauern kann. Die Breite der Treppe sollte mindestens 50 cm betragen. Optimal ist ab 80 cm, sodass man sich da auch drauf bewegen kann. Begonnen habe ich damit, die Wange aufzumauern. Da, wo es nicht sichtbar ist, habe ich genommen, was da war ein Stein. Da, wo es sichtbar ist, habe ich dann Feldsteine bzw. Pflastersteine genommen, die ich noch auf meinem Grundstück hatte. Das Ganze mit der ersten Stufe begonnen. Die habe ich auf ordentlich gemauert, auf das eben hergestellte Betonfundament. Dann mit der zweiten Stufe fortgefahren. Da, wo man es nicht sieht, wie gesagt, da habe ich irgendwas genommen und vermauert. Als Mörtel habe ich übrigens Zementmörtel genommen, wo das Ganze im Nassbereich ist. Dann habe ich das Podest aufgefüllt, wieder mit Schutt und Kies und das Ganze schön verdichtet, um dann das Podest oben aufzumauern. Das Ganze muss natürlich relativ glatt sein. Durch die Feldstände war das nicht ganz einfach. Aber die Übung macht den Meister und das wurde dann so langsam immer besser. Ja, so bin ich grob vorgegangen. Ganz kurzes Video, um die Treppe zu erstellen. Hat ganz gut geklappt am Ende. Vor der Treppe habe ich dann noch mit den übrigen Pflastersteinen geflastert, um irgendwie einen Abschluss zu erhalten. Nicht zu erwähnen wäre noch, dass der Anschluss von dem alten Mauerwerk zu einer neuen Treppe flexibel ausgeführt wird. Also man nimmt entweder Kompriband, Silikon oder sonstige elastische Dichtstoffe oder man lässt es ganz offen und fegt dort einfach Sand rein. Weil später entstehen dann Risse, die man so vermeiden kann. Ja, so habe ich meine Treppe gebaut. Es hat ganz gut funktioniert. Es ist ein Vorschlag von mir. Wahrscheinlich ist nicht alles richtig. Ich bin kein gelernter Maurer, aber es hat jedenfalls funktioniert. Dann bis zum nächsten Mal und danke für eure Aufmerksamkeit beim Holzheimwerker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.